so dann noch mal ganz herzlich willkommen hier zur präsentation von making wishes real life und ich möchte mich ganz kurz vorstellen mein name ist mark reis fagedes eins meiner lebensmottos ist lebe deinen traum das leben ist kurz mach es süß und hier war ich auf einer ganz besonderen life experience sozusagen das war der tracking zum gipfel des kilimanjaro in 2016 wunder wunderschönes ergebnis was ich niemals missen möchte und ja hier habt ihr noch ein paar sachen zu mir gelesen ich arbeite in kassel als ergotherapeut und den vater von zwei wunderbaren söhnen und seit drei jahren verheiratet mit einer tollen frau und ich bin überzeugter networker seit fünf jahren und hier seht ihr noch ein bisschen mehr von uns was mich auch sehr erfreut was mir riesig viel spaß macht das sind seminare zum thema persönlichkeitsentwicklung und training und coaching und und urlaub die welt zu entdecken zusammen mit meiner frau und unseren kindern und dazu bietet making wishes real life eine wunderbare möglichkeit und darüber möchte ich euch jetzt mehr erzählen letztendlich will jeder den lebensstil seiner träume leben sage ich jetzt mal so gehe ich mal von aus nur viele haben vielleicht noch nicht die richtige möglichkeit entdeckt und das hier ist heute abend eine ganz tolle möglichkeit möglichkeit wie du selbstbestimmt leben und arbeiten kannst also über dein dein tun alles was du machst deine zeit und auch über dein geld wie du dir eine menge träume oder auch irgendwann alle deine träume erfüllen kannst und um die welt reisen kannst und das sogar eventuell kostenlos ich denke das macht dich ein bisschen neugierig und wenn du jemand bist der auch gerne mehr zeit für die schönen dinge des lebens haben möchte und mehr geld und mehr freiheit leben möchte und ja eventuell auch kostenlos um die welt reisen will dann bleibt hier dran dann ist das genau das richtige für dich mw alive ist ein exklusiver club den man nur auf einleitung betreten kann und deshalb kannst du jetzt schon der person dankbar sein die dich hier eingeladen hat es geht ums thema reisen und lifestyle und hier seht ihr viele von unseren club mitgliedern die eben ja die orte ihrer träume besuchen also da wo sie halt schon immer mal hin wollten wo sie mal urlaub machen wollen und da haben sie immer dieses banner gespannt making wishes real so verwirkliche deine träume und diese vision die der gründer johnny aschurow rechts im großen bild mit seiner frau und seinen beiden töchtern hat nämlich eine globale plattform zu kreieren auf der jeder seine individuellen wünsche erfüllen kann und so eben die welt bereisen kann und die eigenen träume wahr machen kann die wird jetzt schon seit fünf jahren gelebt in 2013 wurde die firma nämlich gegründet mit büros in usa und hongkong jetzt auch in frankreich und großbritannien und weil die firma so schön wächst wir haben jährliches wachstum von 400 prozent und das herzstück ist unsere buchungsmaschine die eben nur den mitgliedern zugänglich ist wir sind derzeit schon in über 80 ländern tätig und wir nutzen eben die aktuellste technologie damit die mitglieder zu den super günstigen preisen buchen können dazu gleich mehr das schöne ist mit jeder buchung unterstützen wir mitglieder eben auch die foundation also die stiftung von making wishes real making wishes real cares und zusammen mit helping kids in need und da fließt also auch immer ein kleines ein kleiner teil der gelder hin und da werden eben ja die menschen unterstützt dies brauchen können also sind charity aktionen für kinder in viel was weitaus ärmeren ländern als wir in deutschland sind das ist ein blick auf die reisebranche die reisebranche ist riesig und ihr gebt mir sicher recht die wird auch in den kommenden jahren ein gewaltiger wachstumsmarkt bleiben von 10 dollarn weltweit wird ein dollar in dieser branche ausgegeben ja und die der umsatz im letzten jahr waren 8,2 milliarden dollar und es wird vorausgesagt dass er im jahr 2028 dass das da sogar die hälfte mehr so zwölfeinhalb milliarden sein werden die reisebranche wird von zwei großen playern im markt dominiert das ist einmal booking holdings und die expedia group und all diese portale die ihr darunter seht das sind eben öffentliche buchungsportale die diesen beiden gruppen angehören ihr seht ihr hier gut aufgelistet und die bedienen sozusagen das alte modell von mehr des einzelhandels der eben auch für die reisebranche gilt sprich hier wird viel viel geld ausgegeben also viele millionen für werbung damit eben die leute über die portale kaufen und entsprechend wird das geld was dafür ausgegeben wird ist ja klar einkalkuliert und der endkunde zahlt es eben genau fragen gerne bis zum ende auf sparen und oder einfach schon mal in den chat schreiben ich beantworte die dann zum ende hin und ja so funktioniert es natürlich auch mit den reisebüros ganz klar die dicken kataloge die ihr kennt über reiseziele die müssen ja auch gedruckt werden und so weiter diese ganzen hochglanzbroschüren und so weiter also ist eh klar so das ist der alte weg ein neuer weg ist unser mitgliedschaftsmodell weil mwr live wird niemals geld für werbung ausgeben sondern mwr live zahlt seine sogenannten lifestyle consultants also mitglieder die gleichzeitig sich auch noch für das empfehlungsgeschäft mit der company entschieden haben für die empfehlungen und zwar jedes mal dann wenn eben jemand durch unsere empfehlung mitglied wird und das ist natürlich toll für alle seiten also es ist ein absolutes win-win-win modell und ihr kennt sich ja schon mitgliedschaftsmodelle wie zum beispiel netflix oder spotify oder amazon prime also das sind alles modelle wo also geschäftsmodelle in denen die leute eben monatlichen beitrag zahlen und dafür dann eben die produkte ihrer wahl bekommen ja und das ist eben aus dem unterhaltungsbereich und wir haben sozusagen ein ähnliches mitgliedschaftsmodell innerhalb der reisebranche geschaffen und das schöne ist dass was was unsere mitglieder eben bekommen das sind groß handelspreise das sind einfach extreme vergünstigungen auf alle bereiche des reisens also von hotelbuchung über flugbuchung über auto vermietung kreuzfahrten resorts züge und auch alle möglichen aktivitäten also freizeitaktivitäten die man im urlaub gerne macht bis hin zu solchen also von sportlichen sachen ja bis hin zu auch kulturellen sachen und dann haben wir noch die flash deals das sind dann ganz besondere angebote die alle 14 tage auch erneuert werden wo man zu einem extrem extrem günstigen preis also 80 manchmal sogar noch mehr prozent spart dann gegenüber einer öffentlichen buchung ja hier jetzt mal ein paar beispiele dazu miami for seasons hotel das ist der normalpreis 507 dollar über unser portal nur 339 dollar das wären jetzt hier so sieht das dann aus wenn man dann gebucht hat über unser portal und das schöne ist man bekommt auch noch travel credits dazu also sogenannte reisepunkte die eben dann bei der nächsten buchung wieder eingesetzt werden können um den preis noch mal zu drücken hier ist noch mal gegenübergestellt also egal ob über booking oder expedia wo man guckt die sind ja eh alle relativ gleich von ihren preisen her ist auch klar weil die natürlich untereinander das abgesprochen haben sind ja nur zwei companies habt ihr am anfang gesehen die das alles in der hand haben ja also die ersparungen sind wirklich groß die ja möglich sind und so kannst du dann einfach mehr erleben und weniger dafür zahlen ja mittlerweile seht ihr also schon wie das aussieht die shots von die screenshots aus unserer buchungsmaschine das ist links das ja hier zum beispiel los cabos reintree club und hier habt ihr das ist ein super schönes beispiel für eine ganze woche ja die nacht nur 48 dollar über unseren club also 336 für die ganze woche das war jetzt eine buchung ende april bis anfang mai vergleichsweise hier rechts über das öffentliche portal 1167 also 950 dollar ersparnis im gleichen zeitraum gleiches zimmer dasselbe oder ähnlich tolle ersparnisse auch bei kreuzfahrten möglich lohnt sich immer hier rein zu gucken zum beispiel hier das beispiel mit royal caribbean vier nächte karibik kreuzfahrt sehr luxuriöses schiff auch und eine preisersparnis von 184 dollar das sind unsere flash deals ihr seht ihr es 83 prozent sogar in thailand in diesem resort vier sterne resort wo es normalerweise 463 dollar kostet die nacht über unseren club eben für 81 dollar die nacht oder auch brasilien rio de janeiro das sheraton hotel für 59 dollar die nacht statt 272 das sind flash deals hier ist dann der zeitraum vorgegeben das geht nicht immer aber trotzdem für leute die halt spontan sein können sehr sehr geniale angebote genau alles in einer plattform und das ist halt auch wieder schön also auch autovermietung macht dann sinn oder eine moulin rouge in paris madame tussauds in london wo auch immer wenn man gerne städte reisen macht lohnt sich immer reinzuschauen ob es da nicht was spannendes dabei ist so da haben wir die travel credits die reisepunkte ich hatte es eben gesagt das schöne ist die laufen also niemals aus die kannst du immer wieder nicht immer irgendjemand kritzelt mir hier gerade rein das hatte mir der gern schon mal gesagt wie ich das verändern kann das bin ich definitiv nicht aber egal ich weiß gar nicht wie es abstellen kann ja die kannst du also verwenden um dann deine buchung beim nächsten mal noch mal günstiger zu machen life experiences auch eine tolle sache und zwar sind das ganz besondere reisen die von der firma zusammengestellt sind mit einem rahmenprogramm und wo ja die sich anbieten einfach im team zu machen oder in mit freunden in der gruppe und die sind also komplett gehostet das heißt es gibt einen gastgeber und der einen schon am flughafen abholt und dann eben zu dem hotel bringt das sind sehr luxuriöse hotels auch es gibt ein willkommensgeschenk eine willkommensparty es gibt ganztägige inselausflüge wenn es jetzt auf eine insel geht wie hier mallorca und frühstück ist da auch immer mit drin genau das ist also sind wunderbare experiences die auch ideal sind um einfach freundschaften zu pflegen um bonding im bereich von einem team zu machen so über mwa live nur 499 dollar und hier sind die sogenannten loyalty dollars auch einsetzbar so dass es dann nur 279 dollar kosten würde so ein trip hier noch ein paar mehr beispiele costa rica in einem resort kann man komplett kostenlos bekommen das heißt hier sind die loyalty dollars zu 100 prozent einsetzbar new york vier tage reise war jetzt gerade anlässlich des unabhängigkeit tages also ich glaube vom ersten bis zum fünften juli war das dann und ja auch wieder reduzierbar über die loyalty dollars zu 395 wahrscheinlich fragst du dich jetzt schon was sind denn jetzt loyalty dollars ich werde es dir gleich erklären schau noch dass du auch nach agadir kannst in wunderschönes hotel auch und hier wieder komplett kostenlos diese reise haben kannst über deine loyalty dollars und auch so eine karibik cruise über sieben tage mit der symphony of the seas kannst du auch wieder reduzieren im preis so dass du dich statt 1200 us dollar nur 595 kosten wird wie geht das jetzt nach du musst eben erst mal mitglied sein und da haben wir zwei drei mitgliedschaften an sich das erste ist die vip das ist die mitgliedschaft die einfach nur für sozusagen mitglieder sind die keine kein empfehlungsgeschäft betreiben wollen und dann haben wir die pro mitgliedschaft und das lied upgrade so was kann unsere pro mitgliedschaft also erstmal haben wir 150 prozent bestpreisgarantie für alle unsere mitglieder das bedeutet dass mit jeder buchung wenn also ihr solltest mal eine buchung geben die eben auf einem öffentlichen anderen portal doch günstiger gefunden wird dann kann man es eben zeitnah also sofort beim support angeben und wenn man dann trotzdem über unser portal bucht dann bekommt man eben den preis die preisdifferenz erstattet plus noch mal 50 prozent der preisdifferenz oben drauf so dass man also in jedem fall über unser portal immer den besten preis hat das heißt bestpreis garantie genau wir haben über 600.000 locations drin und das werden von tag zu tag mehr also das angebot wird ständig aufgestockt das ist jetzt in den vier monaten in denen ich dabei bin schon konnte ich das schon einige male miterleben und das ist halt einfach super weil man kann das dem support schreiben und der support macht es dann also der nimmt halt sachen rein also ganz häufig die wenn die noch nicht drin sind wenn man das angibt dauert dann so zwei drei wochen aber dann ist es eben auch buchbar über unser portal und das schöne bei der pro mitgliedschaft ist hier kann kann auch noch für vier zusätzlich reisende gebucht werden also vier leute die noch die noch nicht mitglied sind wir haben super support 24 7 der ist immer erreichbar und auch sehr freundlich es gibt keine ausnahmedaten also irgendwelche zeiten in denen das nicht funktionieren sollte und dafür zahlen wir 90 dollar monatlich für diese pro mitgliedschaft und eine einmalige aktivierungsgebühr von 99 dollar das schöne ist diese 90 dollar monatlich die sind nicht einfach weg sondern die werden intern angespart das ist sozusagen deine spar dein interner reise deine interne reise sparkasse für deine life experiences weil du erinnerst dich mit den sogenannten loyalty dollars und dazu wird halt dein mitgliedsbeitrag kannst du life experiences im preis vergünstigen oder sogar kostenlos bekommen also oder zu 100 prozent mit den loyalty dollars bezahlen warum heißen die loyalty dollars weil die mitgliedschaft eben also die treue zu unserem club nach einem jahr belohnt wird das heißt diese loyalty dollars werden nach zwölf monaten ansammlung ansparung freigeschaltet und dann kannst du sie nutzen wenn du also länger als ein jahr dabei bist und zwar für die life experiences zusätzlich bekommst du in der pro mitgliedschaft noch fünf gäste pässe jeden monat also zwölf mal fünf sind 60 dann insgesamt und so ein gäste pass hatten geldwerten vorteil von 250 us dollar das coole ist wenn du den jetzt jemanden gibst der nicht mitglied ist und der über unsere buchungsmaschine dann eben irgendwas buch was auch immer ja hotel oder im flug oder stopp geht ja nur hotel sorry nur hotel oder restaurant also wenn er eins von den beiden sachen bucht das ist eine abgespeckte form der leitzug an den jemanden über ein gäste pass hat dann spart er aber er spart jetzt nicht die den kompletten das was also mitglieder sparen würden sondern die hälfte dessen und dadurch kann kann die andere hälfte dessen eben dir gut geschrieben werden in form von travel credits das heißt wenn jemand so ein gäste pass voll ausschöpft und 250 dollar spart gegenüber anderen portalen durch die buchung bei uns dann bekommst du als derjenige der den gäste pass ausgegeben hat diese 250 dollar eben in deinen bei dir eingebucht als travel credits und das die kannst du entsprechend dann zu für deine buchung nutzen das ist also richtig richtig cool das schöne hier das nächste ist das lied upgrade das schöne daran ist dass das eine einmalige zahlung ist und zwar von 150 dollar und dafür bekommst du jetzt lebenslange also solange du halt im club mitglied bist auf alle live experiences noch mal zehn prozent rabatt selbstverständlich ist da also alles was du mit der pro mitgliedschaft ja schon gebucht hast bleibt natürlich erhalten und jetzt hast du auch noch ein frühbucher zugang zu den live experiences das kann mal sehr nützlich sein wenn auf eine live experience ein großer andrang ist und weil es jetzt was ist wie zum beispiel ein fallschirmspringen in teneriffa oder mit freien delfinen schwimmen im roten meer oder auch bei florida oder was auch immer ja also sachen die begehrt sein können und wo einfach nur eine begrenzte anzahl an menschen das buchen können und dann ist es voll das ist also sinnvoll hier auch lied upgrade zu machen und ja die 100 dollar von 100 dollar von diesen 150 dollar die du dafür zahlst die werden dir sofort eingebucht und freigeschaltet auch für eine live experience das ist also auch cool ja und zusätzlich kriegst du jetzt noch mal 20 gästepässe und die haben insgesamt einen wert von 5000 dollar wenn die jetzt alle eingelöst werden ja also insofern ist es ein no brainer mit diesem elite upgrade ja insgesamt hast du also mit pro mitgliedschaft und elite upgrade hast du dann 80 gästepässe das heißt du kannst menschen geldwerten urteil von 20.000 dollar verschaffen und du erinnerst dich wenn das komplett eingelöst wird dann fließt das auch auf dein konto auf dein internes konto zurück wir glauben dass making wishes real life die zukunft des reisens ist und wenn dir das gefällt was du bisher hier gehört hast dann kannst du daran partizipieren indem du lifestyle consultant wirst also für alle die die sagen okay cooler club hört sich gut an melde dich einfach bei der person die dich hierher eingeladen hat und für die die wissen wollen wie man damit durch die empfehlung geld verdienen kann die bleiben jetzt dran die werden nämlich lifestyle consultant idealerweise mit pro und elite upgrade zum preis von 399 us dollar kannst du hier dieses business starten und verwandelst so deine club mitgliedschaft in reise business was bekommst du jetzt alles für die 399 us dollar also alles was ich eben schon mal kurz erklärt habe vielleicht mache ich es noch ein bisschen langsamer und transparenter wir hatten ja gesagt pro mitgliedschaft 90 dollar monatlich plus einmalige aktivierungsgebühren 99 dollar sind also 189 dollar plus die 60 dollar gebühr für die vertriebspartnerschaft sozusagen wären 250 dollar zusammen jetzt noch das elite upgrade dazu nochmal 150 dollar drauf sind also round about 400 us dollar und innerhalb dieser gebühr für die vertriebspartnerschaft da ist also jetzt drin eine personalisierte webseite die schau dir gerne an fragt die person die dich hier eingeladen hat nach der webseite nach der personalisierten dann siehst du die die ist state of the art das ist also super webdesign wenn du dich ein bisschen auskennst in dem bereich weißt du auch dass sowas 3.000 4.000 euro kostet wenn man sich sowas selber bauen lässt das also alles drin in diesen 60 dollar gebühr die mobile app das ist hier veraltet beziehungsweise da müsste ich einfach einen kleinen zusatz rein basteln schreiben dass die also jetzt seit dem ersten juni kostet die 9 dollar 95 monatlich zusätzlich lohnt sich absolut weil die eben zugriff auf die kontakte im telefon nimmt und dadurch ein eingebautes crm system hat ist also ideal zum team und business aufbau ja marketing werkzeuge also die mobile app ist schon mal ein hammer marketing werkzeug aber wir haben natürlich so so viele mehr es gibt pdfs natürlich auch powerpoint folien wie die hier die ich gerade nutze all das steht dir dann zur verfügung und ja das wichtigste wir sind ein extrem cooles team und wir bieten mega schulung und support ja also wir sind ja noch ganz ganz klein und du erinnerst dich nur die company ist ja zwar schon fünf sechs jahre am start aber in europa eigentlich erst seit einem jahr das ging anfang 2018 in frankreich los frankreich ist sehr stark gewachsen die community und jetzt seit vier monaten eben im deutschsprachigen raum und das sind gerade mal und der rest von europa und es sind insgesamt gerade mal irgendwie 1200 partner ja das ist also ein sehr sehr günstiger zeitpunkt zum einsteigen und ja wir machen einfach auch regelmäßig partnerschulung wir haben super trainings wir haben ein sehr sehr gutes system zur duplikation das merkst du wahrscheinlich schon daran wie du eingeladen worden bist und das schulen wir halt auch die neuen partner also ja ich kann es dir nur empfehlen schau dir an was du verdienen kannst hier unser erster bonus ist sozusagen der direkteinschreibe bonus und zwar immer dann wenn du jemanden direkt einschreibst bekommst du entweder 50 oder 25 dollar je nachdem ob derjenige das lied upgrade zugebucht hat dann 50 dollar oder eben nur die pro mitgliedschaft gewählt hat dann 25 dollar so dann haben wir den expansion bonus und zwar gibt es gibt es jetzt die sechs ränge unseres vergütungsplan das ist so cool der vergütungsplan ist wirklich einfach und lässt lässt sich sehr gut innerhalb von zwei drei minuten erklären also wir haben sechs ränge managers senior manager area manager district manager regional manager und national manager und du siehst der sprung von senior auf area manager der ist gewaltig da ist mehr als verdoppelt was du dann bei einer direkten einschreibung schon bekommst ja und siehst unten drunter bei der pro mitgliedschaft einfach die hälfte so und wenn du jetzt area manager bist und du hast halt zum beispiel jemanden der schon manager ist manager wird man übrigens mit nur drei teampartnern also mit drei teampartnern hast du schon den ersten rang erreicht und der schreibt jemand ein dann bekommst du auch noch die differenz dessen der 70 entsprechend 20 so jetzt haben wir noch was sehr cool ist das siehst du hier rechts das sind unsere daily residuals also täglich wiederkehrende passive einnahmen und da siehst du silber eins erfordert neun team punkte und bringt dir schon drei dollar täglich das heißt monatlich 90 dollar das hast du in dem moment wo du drei mitglieder oder partner eingeschrieben hast und den ersten rang erreicht hast silber zwei deckt sich dann nicht mehr ganz mit dem zweiten rang mit dem senior manager da brauchst du nämlich 36 team punkte und den senior manager den machst du schon dann wenn zwei von deinen drei ersten eben auch ihre drei eingeschrieben haben daran merkst du jetzt dass in unserem geschäft teamwork absolut sich auszahlt und nicht nur ja gut belohnt wird über den vergütungsplan das zum einen aber halt auch sinn macht wegen des vergütungsplans da haben wir noch den matching bonus den matching bonus bekommst du immer dann gezahlt wenn deine first liner also direkte einschreibung wenn die umsatz machen und zwar monatlich und da bekommst du immer 25 prozent auf das was die verdient haben das kann sich also auch sehr schön läppern weil du kannst ja auch unbegrenzt viele leute direkt einschreiben die sitzen zwar dann nicht auf deinen ersten drei positionen weil wir haben eine 3er matrix von vom aufbau her sondern auch irgendwo tiefer in deinen ebnen aber es bleiben immer deine ersten sprich wenn die halt umsatz machen dann bekommst du 25 prozent matching bonus ja die daily residuals hier sind sie noch mal ich hatte eben schon mal kurz angerissen ups genau und silber hatte ich ja schon mal erklärt kommen wir gleich zu gold gold ist also der folgende es gibt silber 1 2 und 3 und dann kommt gold 1 2 3 4 und 5 und gold 1 hast du mit 350 punkten für pro und elite bekommst du immer drei punkte ja also durch drei geteilt sind ungefähr 120 leute im team und das ist halt das coole das heißt je größer dein team wird und wächst desto höher steigst du in den rängen für die täglich wiederkehrenden passiven einnahmen und wenn gold 1 ist dann hast du schon täglichen verdienst von 40 dollar und das bleibt ja also da egal so selbst wenn du wenn da keine neuen leute dazu kommen du bekommst täglich deine 40 dollar das heißt über diese daily residuals hast du hier auch kannst du dir ein richtig sicheres einkommen aufbauen und siehst gold 5 5000 teampunkte da hat dein team jetzt schon eine beträchtliche größe das sind über 1500 1800 leute 1700 1800 menschen werden dann wohl in deinem team sein und dein täglicher verdienst beträgt dann schon 500 dollar das heißt 1500 dollar im monat es geht weiter mit platin platin haben wir auch wieder 1 bis 5 und danach kommt dann noch diamond und du siehst jetzt also wirklich das ist kein leeres versprechen sondern da siehst du dass du auch wirklich dieses geschäft auf eine lange zeit planen kannst also nächsten zwei drei jahren hier wirklich überdurchschnittliches einkommen aufbauen kannst wenn du eben dran bleibst und ein großes team aufbaust keine angst vor großen zahlen wir haben hier die diamonds und ja schaust dir an also auf diamond 5 ich nehme es jetzt mal vorweg da ist es sogar möglich 450.000 dollar monatlich zu verdienen das heißt über mwa live wird es auf jeden fall auch einkommens millionäre geben man rechnet die ja normal aufs jahr ja wenn mit einem business im jahr eine million verdient also hier wird es weit darüber hinaus gehen und ich war mitte mai auf einer convention in paris und das war sehr spannend weil da gibt es eben schon leute die in diesen verdienst klassen sind nach eben vier fünf jahren genau also wer großes vor hat der ist hier richtig und jetzt kannst du auch noch diese life experience ist dir kostenlos verdienen ja und zwar ab dem rang senior manager bekommst du für neue einschreibungen auch wieder punkte und wenn du zwölf leute in ein senior team bringt zwölf neue leute ja ab diesem rang dann hast du wieder eine life experience verdient und so geht es weiter auf den höheren rängen eben auch die qualifikation wird dann ein bisschen größer also als area manager brauchst du schon 36 leute um eine life experience zu verdienen aber es geht ja dann auch leichter weil mehr menschen mit mehr menschen sprechen so funktioniert ja das wachstum im network marketing so unser schnellstart bonus der sogenannte rising star bonus der ist auch hochinteressant weil der ermöglicht dir eben innerhalb deiner ersten 30 tage schon wieder das geld was du investiert hast die 399 us dollar zurückzuverdienen ja wenn du nämlich die drei leute innerhalb deiner ersten 30 tage einschreibst dann bekommst du du erinnerst dich 50 dollar pro nase und jetzt bekommst du noch einen zusätzlichen bonus von 300 dollar sprich 450 dollar du bist also im grünen jetzt hilfst du natürlich deinen leuten dasselbe zu machen aber erst mal erinnerst dich auch erster rang bei den täglich wiederkehrenden einnahmen silber 1 hast du damit auch du hast nämlich eben deine drei leute und dadurch bekommst du drei dollar täglich das heißt 30 x 3 sind 90 dollar dieses tägliche passive einkommen das ermöglicht dir jetzt schon monatlich deinen beitrag zu bezahlen das heißt du hast auch keine folgekosten also es lohnt sich hier von anfang an entsprechend gas zu geben und ja erfolgsgeschichte zu schreiben und so wollen das deine leute ja auch und du willst dass die das schaffen also helfen wir uns gegenseitig das heißt im nächsten monat kannst du schon 600 dollar verdienen wenn deine drei auch ihre drei wieder eingeschrieben haben und du hilfst ihnen eben dabei und jetzt bist du schon senior manager und wenn du das spiel im nächsten monat im dritten monat also nochmal machst dann nämlich deinen hilfst deinen drei dass die jetzt auch senior manager werden dann bekommst du noch mal 900 dollar das heißt in den ersten drei monaten deines gerade frisch gestarteten business kannst du 1950 dollar nur an schnellstart bonus verdienen das ist genial so könnte dann allein office aussehen also das schöne ist ja du kannst das geschäft ja von überall aus arbeiten und letztendlich was machst du machst eigentlich nur drei sachen und die zeit die mitgliedschaft das heißt du erzählst anderen leuten davon dass sie hier geld sparen können und bei bei all ihren buchungen und dann teilst du eben noch die möglichkeit dass sie auch geld verdienen können hier mit also letztendlich lädst du ja einfach nur ein zu unseren webinaren oder verschickt im video von der aufzeichnung ja und dann genießt die belohnung und feierst deine erfolge lade also einfach menschen zu diesem webinar ein und und arbeite mit uns wenn dir das gefällt die neue definition des erfolgs nach jonia schüroff ist die dass erfolg nicht mehr nur an deinem bankkonto gemessen wird sondern eben auch daran wie viel zeitliche freiheit du genießen kannst wie viel wundervolle erlebnisse du hast und welchen beitrag du auch zur verbesserung des lebens anderer leistest und mwa live bietet eben die beste möglichkeit das alles zu erleben ja noch ein paar worte dazu warum es sinn macht jetzt zu starten und nicht zu warten so am bild von einem baum ja genau also einmal um das potenzial ja das dürfte dir klar geworden sein wenn du dir die zahlen von anderen membership businesses anschaust und wie viele millionen von abonnenten die eben haben mwa live hat das potenzial dasselbe zu machen und du kannst dabei sein ja also willst du da früher dabei sein oder wartest du lieber noch ein paar monate oder ein jährchen das ist nicht ganz egal weil wenn du wartest dann kommst du irgendwann da außen in den feinen verästelungen dieses baumes an wenn du aber heute oder morgen spätestens dann startest ja also in kürze jetzt dann wirst du bei den wurzeln oder im stamm sein und wirst mit uns erfolge feiern so wie viele von denen die hier sind die einfach in ihren ersten 30 tagen das auch geschafft haben und ihre ersten drei leute wieder da rein gebracht haben ich würde mich riesig darauf freuen wenn du dabei bist melde ich jetzt bei der person die dich hier eingeladen hat direkt nach dem call und ich stopp mal hier die übertragung und